In der Welt des Showbusiness gibt es Geschichten von Ruhm und Glanz, aber es gibt auch tragische Lebenswege, die oft im Schatten des Rampenlichts liegen. Einer dieser Fälle ist das Leben des Schauspielers Jaden Smith, der trotz seinen berühmten Eltern und seiner eigenen Erfolge mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Jaden Christopher Sire Smith wurde am 8. Juli 1998 in Malibu in Kalifornien geboren. Er ist der Sohn der Hollywood-Ikonen Will Smith und Jada Pinkett Smith. Schon früh wuchs er in einer Welt des Ruhms und des Glamours auf. Jadens Leben war von Anfang an eng mit Hollywood verbunden. Als Kind trat er erstmals in der Fernsehserie All of Us auf, in der er die Rolle des Reggie Collins übernahm. Diese Gelegenheit war der Beginn einer vielversprechenden Schauspielkarriere. Seine Eltern, Will und Jada, waren bereits etablierte Schauspieler und gehörten zu den bekanntesten Gesichtern in der Unterhaltungsindustrie. Dieser familiäre Hintergrund prägte Jaden von Anfang an und legte den Grundstein für seine eigene Karriere im Schaugeschäft. Jaden Smith wuchs in einer Umgebung auf, in der Kreativität und künstlerische Entfaltung gefördert wurden. Seine Eltern ermutigten ihn, seine Talente zu erkunden und unterstützten ihn in seinen schauspielerischen Bestrebungen. Das Erbe seiner Familie war sowohl eine Belastung als auch eine Quelle der Inspiration für Jaden. Schon in jungen Jahren konnte Jaden Smith die Faszination und den Glanz der Filmindustrie hautnah erleben. Die Studios und Filmsets wurden zu seinem Spielplatz und er fand sich in einer Welt wieder, die für viele nur ein Traum ist. Die enge Verbindung zu Hollywood war jedoch nicht nur von Vorteilen geprägt. Sie brachte auch eine erhebliche Verantwortung und Erwartungen mit sich. Jaden wurde mit dem Namen seines berühmten Vaters Will Smith in Verbindung gebracht, was den Druck auf ihn erhöhte, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und dessen Erfolg zu wiederholen. Die Erfahrungen in Hollywood prägten Jaden Smiths Wernergang und beeinflussten seine Entscheidungen in der Unterhaltungsindustrie. Seine Reise führte ihn von den Anfängen in der Fernsehserie bis zu bemerkenswerten Filmauftritten, aber sie war auch von Herausforderungen und persönlichen Wachstum geprägt. Jaden Smith erlangte landesweite Bekanntheit durch seine Rolle im Film Das Streben nach Glück an der Seite seines Vaters Will Smith. Diese herzergreifende Geschichte erzählte das Leben des Chris Gardner, eines Vaters, der in den 80er Jahren in San Francisco mit seiner kleinen Familie ums Überleben kämpfte. Jadens beeindruckende schauspielerische Leistungen Das Streben nach Glück brachte ihm nicht nur Lob und Anerkennung, sondern auch eine Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Breakthrough Performance. Sein Talent und seine Fähigkeiten wurden in diesem Film deutlich sichtbar und er zeigte, dass er das Potenzial hatte, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Der Erfolg von Das Streben nach Glück ebnete den Weg für weitere Filmangebote. Jaden setzte seine Schauspielkarriere mit Auftritten in Filmen wie Karate Kid und After Earth fort. In Karate Kid übernahm er die Rolle des J. Parker und beeindruckte das Publikum mit seinen Kampfgrundsfähigkeiten. Seine Anstrengungen und Leistungen in diesen Filmen zeigten, dass er mehr als nur der Sohn eines berühmten Schauspielers war. Jaden Smith war auf dem besten Weg, seinen eigenen Platz in der Filmindustrie zu finden und sich als talentierter Schauspieler zu etablieren. Der Ruhm, den Jaden Smith durch seine erfolgreichen Filme erlangte, brachte nicht nur Glanz, sondern auch immense Erwartungen mit sich. Als Sohn von Will Smith, einem der angesehensten Schauspieler Hollywoods, wurde von Jaden erwartet, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Dieser Druck lastete schwer auf seinen jungen Schultern. Die Öffentlichkeit und die Medien beobachteten jeden Schritt von Jaden Smith genau und die Erwartungen an seinen Erfolg in der Unterhaltungsindustrie waren hoch. Dies führte zu einer tiefen inneren Unsicherheit und einem ständigen Streben nach Anerkennung. Jaden war nicht immun gegen Kritik und Kontroversen. Seine Entscheidungen, sein Verhalten in der Öffentlichkeit wurden oft heftig diskutiert. Ob es um seine unkonventionelle Mode, seine Ansichten über Umweltschutz oder seine künstlerischen Experimente ging, er wurde häufig Gegenstand von hitzigen Debatten. Diese öffentlichen Auseinandersetzungen und die harte Kritik trugen zu seiner persönlichen Belastung bei. Er musste lernen, mit den Angriffen und dem öffentlichen Druck umzugehen, während er gleichzeitig seinen eigenen Weg in der Welt des Showbusiness suchte. Die persönlichen Herausforderungen und der ständige öffentliche Fokus auf sein Leben machten es für Jaden Smith schwierig, seine eigene Identität zu finden und sich in der Unterhaltungsbranche zu überhaupten. Trotz all dieser Hindernisse blieb er jedoch beharrlich und fand schließlich Wege, sich kreativ und persönlich zu entfalten. Das tragische Leben des Schauspielers Jaden Smith war nicht nur von Ruhm und Herausforderungen im Showbusiness geprägt, sondern beinhaltete auch persönliche Gesundheitsprobleme. Trotz seines jungen Alters stand Jaden vor einigen gesundheitlichen Herausforderungen, die sein Leben beeinflussten. Zusätzlich zu den psychischen Gesundheitsproblemen hatte Jaden Smith auch mit körperlichen Gesundheitsfragen zu kämpfen. Er erlitt Verletzungen während seiner schauspielerischen und musikalischen Aktivitäten, die zu physischen Beschwerden führten. Diese Gesundheitsprobleme trugen zu seiner persönlichen Belastung bei und zeigten, dass das Leben im Rampenlicht nicht nur Glanz und Glamour mit sich bringt, sondern auch physische und psychische Belastungen. Trotz dieser Herausforderungen hat Jaden Smith die Bedeutung der mentalen Gesundheit betont und versucht, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Wenn auch Sie inspiriert wurden von Jaden Smiths Geschichte und seinen Bemühungen, möchten wir Sie ermutigen, seinen Weg weiter zu verfolgen. Um auf dem Laufenden zu bleiben und mehr über inspirierende Persönlichkeiten und Geschichten zu erfahren, abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. Wir bieten regelmäßig spannende Inhalte zu verschiedenen Themen, die Sie nicht verpassen sollten. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie Teil unserer Community, die nach Inspiration und Wandel sucht. Zusammen können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Abonnieren Sie noch heute und seien Sie Teil unserer Reise. Abonnieren Sie noch heute und belegen Sieторы. bye noch heute. being, Nachvolle baä